So, jetzt sind wir bei den Prestigeaufgaben angelangt. Wir müssen innerhalb von 30 Sekunden nach der Landung eine Truhe und eine Munitionskiste öffnen. Ich meine, das kriegen wir eigentlich, denke ich mal, simpel hin. Wir werden einfach mal Arena ausprobieren. Weil im Prinzip, wir müssen ja nur auf dem Haus landen, da die Kiste öffnen, die im Dach ist, die dann hoffentlich da ist, plus dann direkt eine Munitionskiste, die in der Nähe ist. Also eigentlich schwer ist die Aufgabe nicht. Nur so wird wahrscheinlich nicht bei jeder Landung gelingen. Ich meine, 30 Sekunden ist zwar schon eine lange Zeit, aber wir wissen selber, schwupps, Zeit rum. So, wie gesagt, uns fehlen noch 6 Abonnenten. Dann wird die 5. Zahl bekannt gegeben vom Passive Code. Also wenn ihr 10 Euro gewinnen wollt, gerne ein Abo dalassen. Es werden auch noch mehr Gewinnspiele kommen, in Anführungszeichen. Aber ich habe immer vor, einen Passive Code unten stehen zu haben. Wenn ihr eine Erklärung dazu braucht, wie gesagt, guckt einfach in der Videobeschreibung, da habe ich extra ein Video zu gemacht. Und auch den Link zu PaySafeDirect, wo ihr gucken könnt, ob der Code richtig ist oder nicht. So, ich habe es eben schon mal probiert bei Shifty, aber es ging ein bisschen in die Hose. Weil keine Truhe da war, wo ich halt landen wollte. So, ja, Pleasure Plan, da wird jetzt auch keiner landen. Ich probiere es einfach noch mal. Dieses eine Haus, das hat es mir halt irgendwie angetan. Das habe ich direkt im Kopf gehabt, als ich eine Munitionskiste gedacht habe und eine normale Truhe. Ich werde das auch noch hinkriegen. Wenn es nicht diesmal ist, dann vielleicht in der nächsten Runde. Oder warte mal da an der Scheune. Aber das ist auch wieder mit Glück verbunden. Ich fliege erstmal ans Haus ran. Oder hinten die Hütte. Da weiß ich eigentlich auch, dass immer safe eine Munitionskiste dann. Wenn man es hier. Da ist schon mal keine. Das war schon mal total für den Arsch. Schnell, 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 schneller. Munitionskiste. Oh Gott, wie lange kommt mein Teichseken vor? So, ich muss da hoch. Zack. Oh Gott, einmal schon mal geschafft. Also ihr habt ja gesehen, ich bin sogar falsch gelandet und trotzdem hat es funktioniert. Und das Ganze müssen wir halt in drei Runden machen. Aber ich denke mal, das ist eigentlich kein Problem. Ihr werdet es wahrscheinlich auch machen, ohne es zu wollen. Braucht es jetzt einfach mal. Weil ihr habt ja gesehen, ich bin runtergesprungen, war noch falsch. Ich musste mich durch die Wand drehen. Also eigentlich safe zu machen. Aber hier der Platz ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich immer eine Kiste. Oder halt oben an dem Haus. Aber da ist halt nicht immer eine Kiste. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Ja, da hole ich mir die mit. Verbände kann man auch immer gebrauchen. Gerade mal gucken, ob noch was im Haus war. Ähm, wo wir kommen. Ne. Ein Pump wäre nicht schlecht. Ist hier was? Nein. Ich liebe diesen Ort. Also hier lande ich eigentlich schon gefühlt immer. Halt eigentlich oben auf dem Baum. Aber jetzt wegen der Aufgabe halt nicht. Ich liebe einfach hier die Gegend. Jaja, ruckeln des Todes. Man kennt es. Ich weiß, wofür es noch gut ist. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit für eine Kiste und eine Munitionskiste ist hier, wie man sieht, auch verdammt hoch. Weil die Kiste ist einerseits oben. Und hier unten ist eigentlich immer eine. Entweder ist hier eine. Oder da steht noch eine. Und dann steht hier eigentlich, ich glaube sogar immer eine. Nur hier die Kiste, die ist halt nicht immer da. Ähm, warum? Davon habe ich heute auch schon einen Kill kassiert von dem Scheiß. Also die normale Papa. Ich muss halt nur dran denken, wenn ich einen killen will. So. Ach, Zone spielt hier perfekt mit. Was war hier noch in der Kiste? Und da war noch eins. Schlecht sind die Dinger ja eigentlich nicht, gell? Also, loot-technisch. Na gut, diesmal war es ein totaler Unfall. So, gucken wir mal, ob hier einer ist. Ich muss hier wieder auf eine 2000 Punkte kommen. Und wie gesagt, wenn ihr auch gerne, ähm, wie heißt's, Rette die Welt spielt. Also auf meinem Kanal gibt es eigentlich jede Mission, werde ich da eigentlich hochladen. Und auch so, wenn ihr Fragen habt oder so, ich helfe euch da gerne weiter. Ich habe eigentlich zwar gedacht, es rette die Welt, wäre schon so gut wie tot. Aber es gibt anscheinend immer noch welche, die neu damit anfangen und halt natürlich irgendwelche Fragen haben. Und natürlich Hilfe brauchen. Weil manche Sturmschilde, wenn man nicht einen hat, der ein bisschen besser, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, wird es halt schon schwieriger. Also wenn ihr da Fragen habt, einfach fragen. Mehr als nein sagen kann ich nicht. Aber langsam wird es eigentlich mal Zeit für einen zweiten Sieg. Ja, traurig, aber wahr. Mit dem Account und dem eigenen Sieg. Und das war in der zweiten Runde, als ich den Account erstellt habe. Und das war nicht in der Arena. Ja, da muss ich die scheiß Kiste nochmal. Passt mich doch da durch. Hä? Da muss ich in die Kiste hier nochmal. Da ist die Wand, da ist nichts. Ach, die schloppen in einem größeren Raum. Ich weiß gerade echt nicht, wo diese Kiste ist. Habt ihr das auch manchmal? Ihr hört... Ach, hier ist die. Ihr hört eine Kiste und denkt euch, wo ist dieses blöde Ding? So, das... Ähm, haben wir schon besser. So, 35 leben noch. Ja, Top 25 ist eigentlich immer safe. Also, wenn man nicht gerade irgendwo landet, wo noch jemand mitlandet und so. Also meistens schafft die Zone es nicht, das erste Mal zu schließen, bis die 25 schon nur noch da sind. Hat er mich gesehen? Er wollte gar nicht. Das machen eh viele. Fahren einfach durch die Gegend. Hoffen nicht getroffen zu werden. Denkt einfach, das sind Faden. Ich dachte gerade, was denn da? Aber meine ich das nur, oder gibt es irgendeinen... Oh, ein Lama. Ich finde echt einen Lama. Ich glaube es ja nicht. Es gibt noch Zeichen und Wunder. Das ist mal ein Scherz jetzt hier, oder? Aber, ihr habt ja gesehen, Kiste öffnen. Ja, freut mich über deinen Lama. Mann, Mann, Mann. Ich sage ja, dieses Spiel ist nichts für mich. Ich bin ein COD-Spieler und kein Bob der Baumeister. Ärgert mich sowas. Aber ich hoffe, ich konnte euch helfen mit der Kiste und der Munitionskiste. Also, hier sind eigentlich so zwei, drei Spots. Da kann man immer mal landen, bis man die Aufgabe erreicht hat. Und man hat eigentlich ziemlich seine Ruhe hier. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Ich Vielen Dank.